Wenn man wissen will, wie krass derzeit es an den Finanzwerken zugeht, dann sollte man sich zwei Manipulationen anschauen. Die erste von Elon Musk mit dem Deal von Hertz, der die Tesla-Aktie ja viele Milliarden an Marktkapitalisierung schwer gemacht hat. Und das zweite ist die Royal Bank of Australia, die das Ziel, die Renditen zu kontrollieren, aufgeben musste. Dazu gleich mehr. Kommen wir erstmal zu Elon Musk und das ist eine richtig coole Story. Sie erinnern sich, vor gut einer Woche, 25. Oktober, da hat Elon Musk gesagt, ja, also wir haben hier einen Deal mit Hertz über 100.000 Fahrzeuge. Was machte die Aktie von Tesla? Boom, sie schoss nach oben. Etwa gute 200 Milliarden Dollar hat sie seit dieser Verkündung gewonnen. Auch die Anteile von Hertz, by the way, haben natürlich deutlich zugelegt. Das war natürlich eine wunderschöne Marketinggeschichte. Jetzt kommt raus, wie Elon Musk twitterte, ja, also übrigens haben wir diesen Contract noch gar nicht unterzeichnet, diesen Vertrag. Also Tesla hat ja sowieso mehr Nachfrage nach seinen Produkten, als wir produzieren können. Und deswegen werden wir nur Autos an Hertz verkaufen, wenn wir mithin den gleichen Preis nehmen, also dieselbe Marge haben. Und überhaupt, der Hertz-Deal, der ändert überhaupt nichts an der wirtschaftlichen Lage von Tesla. Was? Wir haben jetzt über 200 Milliarden an Marktkapitalisierung dazugewonnen und das ändert nichts, weil das Ganze vielleicht ein ganzer Fake ist, ein Betrug ist, eine Manipulation ist. Das ist die große Frage. Jedenfalls ist es total unsauber. Warum sagt Elon Musk erst jetzt? Übrigens haben wir den Deal noch nicht unterzeichnet. B, können wir wahrscheinlich gar nicht so viele Autos liefern. C, ändert das nichts an der wirtschaftlichen Lage, nämlich erst jetzt, nachdem viele Leute schon sich da maßgeblich engagiert hat. Schauen wir uns hier mal die Aktie an. Gestern ja über 1200 Dollar geschlossen. Der Wert fast eine halbe Billion, also fast 500 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gewonnen. In den letzten drei Wochen hier ein Artikel meines Kollegen damals vom 25. Oktober, als diese wunderbare Nachricht von Tesla und Hertz verkündet wurde. Und jetzt hier sagt Stalingrad und Purski, ja über 200 Milliarden Dollar hat Tesla in Marktkapitalisierung gewonnen. Das teilt man mal durch die 100.000 Autos. Dann kann man mal rechnen, wie viel da jedes einzelne Auto wert ist. Aber es geht ja vorwiegend um die Optionen, die dahinter stehen. Tesla ist praktisch der Motor für die Optionen schlechthin. Sowohl Puts, also die auf fallende Kurse spekulieren, als auch Calls. Da ist massives Volumen mehr als in allen anderen Produkten dieser Welt. Und Optionen sind immer wichtiger an den Märkten. Deswegen ist das wahrscheinlich so wichtig. Stalingrad und Purski sagt, ja, jetzt wo klar ist, dass der Deal noch gar nicht geschlossen ist und vielleicht gar nicht kommt, könnte man ja dann wieder eine Rallye starten mit der Hoffnung auf den Deal. Also hier noch ganz kurz, by the way, hier sehen wir den Chart von Tesla mit einem RSI von 94,2. Ganz selten, dass man solche Werte mal sieht. Vorböslich ist Tesla negativ, weil dem einen oder anderen schwant, wenn der Chef des Unternehmens sagt, ja wirtschaftlich ändert das nichts, dann müsste man ja eigentlich diese 200 Milliarden an Marktkapitalisierung wieder auspreisen seit dem Deal. Na, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht ein bisschen davon. Ja, hier sehen wir eben auch diese Geschichte, dass da wahrscheinlich viele Tesla oder viele Tesla Executives haben hier Aktien verkauft. Nach dieser Meldung, also das Ganze sollte mal von der SEC und von Gary Gensler untersucht werden. Und wie gesagt, da ist ja ein Riesenvolumen an Optionen dabei. Das ist eben die Methode von Elon Musk. Da wird erstmal was rausgehauen, getwittert, etwa über Dogecoin oder andere Sachen. Praktisch das Ding total manipuliert, weil er weiß, welche Wirkung seine Worte haben. Dieser Mann wird nach meiner Auffassung juristische Schwierigkeiten haben. Und sei er jetzt der reichste Mann der Welt, er wird vielleicht diesen Reichtum irgendwann nicht mehr wirklich genießen können, weil man ihm nachweisen kann, dass er massiv manipuliert hat und damit die Leute geschädigt hat. Kommen wir jetzt zum anderen Manipulator, das ist die Royal Bank of Australia, die australische Notenbank in dieser Woche. Ja, nicht nur die Fed und die Bank of England, sondern eben auch die Royal Bank of Australia, die sich konfrontiert sah mit einem massiven Anstieg der Renditen, etwa bei der zweijährigen australischen Staatsanleihe, weil eben die Inflation auch in Australien nach oben schießt. Und die Märkte gesagt haben, ja, also da wirst du mit deiner Haltung, mit deinem Quantitative Easing, das du auch betreibst, wirst du nicht weit kommen. Jetzt hat die Royal Bank of Australia zwar nicht gesagt, man hört das Quantitative Easing auf, man hat die Inflationsprognosen nach oben genommen, aber man hat gesagt, wir werden jetzt nicht mehr bestimmte Anleihen kaufen, um die Renditen nach unten zu drücken. Man hat also praktisch die Zinskontrolle, die Renditekontrolle aufgegeben. Und hier sagt zu Recht, Jim Bianco, also diese Yield Curve Control, die ist euch direkt ins Gesicht geflogen, in die Visage geflogen. Das geht nicht gut. Es gibt ja diese Diskussion auch innerhalb der Fed und den Finanzkreisen über Zinskurvenkontrolle, dass man also die Anleihenrenditen manipuliert, was man ja sowieso schon macht durch die Anleihenkäufe. Jedenfalls sehen wir hier Lowy, den Chef der Royal Bank of Australia, der sich da versucht hat, ein bisschen rauszureden aus der Nummer heute nach. Kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Der S&P gestern wenig verändert, gleichwohl der 60. Tagesschlusskurs auf Allzeithoch. Bewegung vor allem bei den Small Caps, die sind massiv gestiegen. Hier sehen wir ziemlich hohe RSI. Wir sind nach wie vor, trotz einem Allzeithoch, nicht wieder in diesem Trendkanal drin. Das Ganze folgt relativ eindeutig den saisonalen Mustern bisher. Möglicherweise kommt da jetzt so ein kleiner Ausruhr. Das wäre zum Beispiel in diesem Seasonal Pattern sichtbar. Aber schauen wir mal, gucken wir den WIX an. Der hat höhere Hochs und höhere Tiefse gemacht, wie wir hier sehen. Die Frage ist, bricht er jetzt durch diese Wedge durch? Also die Volatilität. Unten sehen wir den Nasdaq, auch mit einem sehr hohen RSI. Gestern übrigens wieder miserables Volumen an den Märkten. Sehr, sehr dünnen Nasdaq. Wir sehen hier also, da ist ein neues Allzeithoch. Aber das wird jetzt immer langsamer, dieser Anstieg. Also die Frage ist, was wird da jetzt passieren? Gestern hat Dow Jones auf 36.000 Punkte. Damals im Jahr 2000, dass er so viel Ähnlichkeit hat mit dem Jahr 2021. Hier eine schöne Grafik dazu. Damals 2000 haben viele noch gerufen, Rational Exuberance, also irrationale Übertreibung. Jetzt werden die Fanfaren geblasen. Hurra, 36.000. Dieses Buch hat prognostiziert, dass es in sehr kurzer Zeit, damals im Jahr 2000, soweit sein wird. Naja, immerhin musste man 21 Jahre warten. Wie geht es jetzt mit der Wirtschaft weiter? Bloomberg hat neue Indikatoren entwickelt, die zeigen, dass diese ganzen Lieferengpässe, Materialmangel etc. doch sehr lange andauern wird. Und das ist für die Märkte eine sehr wichtige Erkenntnis oder wäre, wenn sie sich mal durchsetzen würde. Denn wie wir hier in dieser Grafik sehen, würde das maßgeblich auf die Inflation durchschlagen. Wenn es nämlich so kommt, dass diese Lieferschwierigkeiten und Materialmangel nicht aufhören, sondern sich weiterziehen in 2022, dann hätten wir auch in 2022 in den USA etwa eine Inflation, Verbraucherpreise von gut 5%. Die Standardprognose geht derzeit von einem Rückgang auf zwischen 2 und 3%, so 2,3% aus. Das würde bedeuten, dass die Situation für die Notenbanken sich maßgeblich ändert. Wenn das andauernd 5% sind und nicht nur vorübergehend, wie die Notenbanken uns ja gesagt haben, dann kommt man um die Zinsanhebungen überhaupt nicht herum. Wir sehen jetzt zum Beispiel Apple, die haben aufgrund von Chipmangel, werden sie jetzt weniger iPads bauen, sondern versuchen diese Chips einzusetzen beim iPhone 13. Also das ist schon kreative Mangelwirtschaft. JP Morgan bleibt trotzdem optimistisch für die Wirtschaft. Und sagt auch, China wird dann im vierten Quartal wieder wachsen. Schauen wir mal, der Fachkräftemängel jetzt auch in Deutschland an der Wiege fehlt die Hebamme, an der Bahre der Priester. So hier zum Beispiel ein Artikel im Fokus, Agrar heute hat einen Titel Getreidepreise. Brotgetreide ist Mangelware, bricht jetzt Panik aus. Brotgetreide ist auch in Deutschland inzwischen Mangelware. Wir sehen hier unten die Weizenpreise schießen durch die Decke, Neues, Allzeit hoch. Also das ist Fachkräftemangel, das ist Materialmangel. Wir haben Getreidemangel, die Preise schießen durch die Decke. Das hängt auch mit Düngergeschichten zusammen. Ammoniak etwa, die Preise sind massiv gestiegen. Wer jetzt als Bauer Düngemittel kauft, die ja so essentiell sind für die Ernte, der muss so tief in die Tasche greifen. Und dann wird sich seine Kostenstruktur massiv verändern. Dementsprechend könnten jetzt eben auch die Agrarrohstoffe dann weiter steigen. Und steigende Agrarrohstoffe heißt steigende Lebensmittelpreise. Hier sehen wir mal den weltweiten Food Index, der also die Lebensmittelpreise weltweit zeigt. Und hier der Hinweis, dass eben immer wenn die Lebensmittelpreise sehr hoch sind, dann in bestimmten Ländern politische Unruhen ausbrechen. Wie etwa 2012 der Arabische Frühling oder 2011 war das genau, als das passierte. Also da sollte man ein Auge drauf werfen. Das zieht in der Regel politische Unruhen nach sich. Und Nahrungsmittel ist übrigens auch in China ein Thema. China hat jetzt, nämlich das Wirtschaftsministerium, die Chinesen aufgefordert, dass man sich Vorräte sammeln soll. Dass man also praktisch für einige Wochen, Monate überleben kann und nicht auf kurzfristige Einkäufe angewiesen ist. Und das berichtet hier heute, dass man spekuliert oder manche in China spekulieren, ja was ist das? Vielleicht mit Taiwan hat das damit was zu tun. Oder eben wegen dieser Knappheit und den hohen Preisen für Lebensmittel. Man weiß es nicht, aber das auf jeden Fall hat für Aufsehen gesorgt. Ebenso wie gestern die Pressekonferenz von dem moderaten Demokraten Manchin. Der gesagt hat, also dieses 1,75 Billionen Social Spending Bill, das wird den nicht unterstützen. Damit ist dieser ganze Deal, den Biden ja stricken wollte, wieder total in eine Grütze. Das wird jetzt immer schwieriger. Jetzt heute ja die Gouverneurswahlen in Virginia. Und da gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem demokratischen Kandidaten und den Republikanern. Das wird der erste Stimmungstest einer Wahl für die beiden Regierungen. Beiden ja derzeit nicht gerade mit großartigen Popularitätswerten. Abschließend noch ein Hinweis auf einen kurzen Artikel. Geht ganz schnell, meine Damen und Herren, warum und wann Inflation die Aktienmärkte killt. Dort ein Video, das zeigt, dass er ein bisschen erklärt, warum die Aktienmärkte das tun, was sie tun. Und warum sie dann aber, wenn die Inflation nachhaltig ist, nicht mehr das tun, was sie aktuell tun. Sondern eben das, was sie in den 1970er Jahren getan haben. Ich werde Ihnen das Video unter, nicht das Video, sondern diesen Artikel mit einem darin enthaltenen Video unter mein eigenes Video verlinken. Und noch ein kurzer Hinweis in Sachen Katzen. Gab es viel Anmerkung gestern, über Katzen wird gerne gesprochen. Also ich hatte drei Katzen in meinem Leben und bei allen drei war es so, dass man ihnen Nassfutter einer bestimmten Firma hingestellt hat, die nicht ganz billig ist. Dann haben die gefressen, 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 gefressen. Außer man hat eben Trockenfutter hingestellt. Das haben sie liegen lassen. Also man hat sozusagen hier die Delikatessen, die hat man unendlich sich reingestopft und alles andere. Ja, da hat man nicht wirklich über den Hunger gegessen. Das nur mal eine kurze Erwinnung am Ende, weil da wirklich viele Kommentare kommen. Ich verweise nochmal auf den Artikel unter dem Video und sage jetzt Servus und Ciao.